Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play hier bei Heisenberg Zockt. A Plague Tale Innocence heisst das Spiel und ist vom französischen Entwicklerstudio Assobo. Das ist kein Horrorspiel, man könnte es vielleicht fast meinen, wenn man hier unten die ganzen Viecher sieht, die hier rumbuseln. Das Ganze ist eher eine emotionale Entdeckungsreise mit einem Geschwisterpaar im Mittelalter. Ich warte auf das Spiel, seit ich die ersten Screenshots gesehen habe. Das hat mich einfach von Anfang an gleich gepackt, das Ding. Und jetzt würde ich sagen, bevor wir lange reden, spielen wir doch einfach. Also los geht's, öh, neues Spiel. Aha, ok, das normale Spielerlebnis, ja, ich würde mal sagen, das lassen wir so, wir bestätigen. Dann können wir noch das Familienwappen auswählen. Ich würde sagen, wir nehmen grün, grün ist die Farbe der Hoffnung. Das Erbe der Deruns Königreich Frankreich Wie willst du denn den Herrschaften bei der Jagd folgen? Das sind also deine Pläne für mich? Ich soll folgen? Ich werde voranreiten und sie staubschlucken lassen. Aber dafür brauche ich ein gutes Pferd. Du drängst mich schon so lange zu diesem Spaziergang. Warum hier? Der Baum. Welcher Baum? Der Apfelbaum, Vater. Ich möchte die Ritterprüfung nochmal absolvieren. Den Ritterschlag? Aber du bist keine zehn Jahre mehr, Amicia. Hoff, bitte, Vater. Ich habe mich gut darauf vorbereitet. In Ordnung. Dann mal los. Schön. Sieh dir mal Leon an. Das Raubtier aus Galien strotzt vor Kampfeslust. Dein Raubtier denkt wie immer mit seinem Magen. In der Hinsicht ist es dir nicht unähnlich. Vorsicht, Fräulein. Los, Leon. Du wirst Beute finden. Ich glaube an dich. Mach dir keine allzu großen Hoffnungen. Lass uns weitergehen. Sieh mal. Die Schleife deiner Mutter ist immer noch da. Hier habe ich ihr den Hof gemacht. Ja, Vater. Ich weiß. Wenn sie doch nur mitkommen könnte. Wir haben alle unsere Verpflichtungen, Amicia. Du, du weißt, in einer Familie... Hey, ich versuche dir etwas zu sagen. Welch große Autorität, Ritter der Runen. Na los. Und bring zur Abwechslung mal etwas zurück. Also, wo war ich gerade? Wir alle haben Verpflichtungen. Ich verwalte diese Ländereien. Deine Mutter kümmert sich um deinen Bruder. Und du... Ich bekomme dich kaum zu Gesicht. Von Mutter ganz zu schweigen. Hör mal. Jetzt sind wir doch zusammen. Folge mir, Töchterchen. Hey, warte. Ich hoffe, du hast die Schleuder dabei. Natürlich. Ja, wer heißt denn Amicia? Und haben Bruder. Und einen Vater. Und einen starken Vater. Magst du, ist das Tor der Prüfung zu durchschreiten? Amicia der Runen kennt keine Angst. Dieser Apfelbaum wurde zu deiner Geburt gepflanzt. Er wird zeigen, was in dir steckt. Werter Ritter, wie lauten die Regeln der Prüfung? Die heiligen Äpfel des... ähm... heiligen Apfelbaums wurden vom grossen, bösen verdorben. Wenn du sechs der verdorbenen Äpfel zerstörst, bis ich bis zehn gezählt habe, schlage ich dich zur Retterin. Ich nehme die Herausforderung an. Da drüben, neben dem Stamm, liegen ein paar Steine. Hol sie und gib mir Bescheid, wenn du bereit bist. Okay, das machen wir doch glatt. Äh, und zwar mit E. Sehr schön. Guter Buchstaben für sowas. Ich beweise dir, dass ich kein Kind mehr bin. Gut, komm zurück. Stell dich hinter diesen Stamm. Von dort wirst du schiessen. So soll es sein. Okay, halte rechts gedrückt, um mit deiner Schleuder zu zielen. Wir halten. Aha, halte links gedrückt, um dich schussbereit zu machen und lass wieder los, um zu schiessen. Das müssen wir dann hinkriegen. Jawohl, das klappt schon mal relativ gut. Oh, der Papa zählt. Wir müssen uns beeilen. Oh, daneben. Ah, ich erwischte ihn da nicht. Nein, mach ihn. Aber deine Schleuder ist schrecklich laut. Er war ein Geschenk. Von dir. Oh ja, hatte ich fast vergessen. Meine Güte, was hat er denn? Er hat wohl einen Hasen gerochen. Hinterher, schnell. Lauf schon vor. Ich komme nach. Du bist viel schneller als ich. Ja, Hundchen, nun wart doch. Aha, das ist wieder Parcours zum Üben, so schön. Ja, weg ist er. Lieber Himmel, ein Wildschwein. Braver Hund. Herr Monsieur, hat er was gefunden? Psst, sieh mal, ein Wildschwein. Schöne Beute. Das reicht für ein kleines Festessen. Vielleicht nehme ich meine Schleuder. Das könnte funktionieren, aber du musst näher ran. Bleib unten und versteck dich im Gras. Okay, drücke C, um geduckt zu bleiben, um keine Geräusche zu verursachen und verstecke dich im hohen Gras, um nicht gesehen zu werden. Das drücken wir doch gerne und dann gehen wir mal gucken. Moment, hohes Gras haben wir eher hier hinten. Es trinkt. Das ist meine Chance. Treffe ich das Ding von hier? Ich hoffe es mal. Schauen wir mal. Oh. Du musst dich anschleichen. Ja. Ziel auf seinen Kopf. Okay, Ziel auf seinen Kopf. Kaum wollte ich die Schleuder nehmen, hat es uns tatsächlich entdeckt, das Viech. Wie macht man das denn am besten? Du musst auf den Kopf zielen. Ja, mache ich. Ja, ich will den Braten auch. Ich weiß. Du schaffst das, meine Kleine. Da bist du ja. Lug dich ins Gras. Runter. Auf den Kopf ziehen. Boah, echt jetzt? Das hat gute Ohren, das Teil. Ganz leise, Amitia. Zack. Das arme Tier. Lässt dich der Hunger immer so genau ziehen? Der Braten ist dir doch noch nicht serviert. Nein, 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 nein. Schnell, Leon. Nicht die Spur verlieren. Heute Abend speisen wir wie Könige. Das verspreche ich. Daran zweifle ich natürlich nicht. Nicht aufgeben, Leon. Ich komme, Leon. Wenn du es aufhältst, bekommst du auch ein schönes Stück. Das Filzschwein. Es blutet. Na, jetzt ab. Okay, da muss man noch an der richtigen Stelle sein, so wie es aussieht. Auch nochmal rüber. Er bellt nicht mehr. Er muss es gefunden haben. Die Hose war so gut wie neu. Das wird Ärger geben. Die Bäume. Wer war das? Leon! Komm her! Das... Das... ...ist das Wildschwein. Aber... Leon war das bestimmt nicht. Leon! Komm her! Leon! Ich bin hier! Ich komme! Oh, oh. Wer war das? Oh! Gott, oh Gott, was wohnt denn da unten? Das möchte ich gar nicht wissen. A Blacktail Innocent. Ja, sehr nett bis jetzt. Vor allem irgendwie sehr nette Leute. Sehr sympathisch. Aber ich glaube, Hundchen... Ja, ein Hundchen haben wir weniger. Ich werde eine Jagd organisieren. Geh zu deiner Mutter. Ich muss mit ihr sprechen. Sie kümmert sich. Ganz sicher um Hugo. Ja, natürlich. Amicia. Er war ein guter Hund. Ja, ich muss sagen, also die Grafik ist mehr als nur überzeugend. Man muss bedenken, das ist kein Triple-E-Spiel. Also das ist nicht ein Millionen Dingens, was sie da irgendwie reingesteckt haben mit 500 Entwicklern. Also das sieht schon sehr gut aus. Gut, ich würde sagen, bevor wir jetzt zur Marm gehen, gucken wir uns erstmal ein bisschen um. Oh, Mademoiselle Amicia, ihr seid zurück. Theo, es gab einen Notfall. Hol die anderen und sprich so schnell wie möglich mit meinem Vater. Sehr wohl. Oh, ich habe ein paar Ziele für eure Schleuder hinter den Stellen aufgehängt. Oh, danke. Okay, dann können wir noch mal ein bisschen üben. Das ist ja auch nicht so schlecht. Ist das hier hinten? Wahrscheinlich ja. Die von Theo erwähnten Töpfe. Ja. Wozu habe ich meine Schleuder? Schnappen wir uns ein paar Steinchen, gehen ein bisschen zurück und üben das nochmal. So schwer war es eigentlich nicht, aber ich denke ein bisschen Übung kann ja nicht schaden. Zumal wir, ich glaube wir haben sowas ähnliches wie Auto eben. Also sobald ich in die richtige Richtung ziele, dockt das wie ein bisschen an. Wie so von Magneten gezogen. Aber das kann natürlich hilfreich sein. Bei meinem Rundi zieht man sowieso. So, die Töpfe kriegen wir alle. Ja, ein bisschen Auto eben hat tatsächlich. Gut, hätten wir geschafft. Da haben wir sogar eine Errungenschaft bekommen. Ähm, ja, jetzt gehen wir. Leon, wäre ich nur schneller bei dir gewesen. Was auch immer dir das angetan hat, ich hätte es getötet. Alle sind nervös. Einige wurden in der Nacht gebissen. Dahinter stecken sich ja die Engländer. Und warum sollten Engländer andere Leute beißen? Weiß nicht, um unsere Moral zu untergraben. Ja, gute Frage. Ja, die Engländer waren es, klar. Die beißen gerne Leute, das weiss man. Oh, Mademoiselle Amicia, wie war der Spaziergang? Später, Flor. Sag den anderen, dass sie vorerst nicht in den Wald gehen sollen. Ja, ich werde es ihnen sagen. Okay, hier geht es noch in den Stahl rein. Das machen wir natürlich auch kurz. Ach, guck mal, die haben ja Schweinchen. Okay, aber wahrscheinlich nicht, um sie zu essen. Ja, wofür sonst? Äh, vielleicht nicht gerade heute. Sagen wir es so. Sie wollten halt das Wildschwein gerne haben. Hallo, Hühnchen. So, hier geht es wahrscheinlich nicht raus, nehme ich an. Nein, oder, ja, sagen wir es so. Noch nicht. Ich nehme an, später dann schauen. Hier oben ist noch der Schmied zugange. Seid gegrüßt, Mademoiselle Amicia. Seid gegrüßt, Meister Schmied. So, sollen wir mal gucken gehen, wo ist denn die Mama? Das wäre jetzt natürlich noch wichtig zu wissen. Aber hier hinten ist irgendwie noch eine Kirche oder etwas. Da gehen wir natürlich auch noch schnell gucken. Früher waren die Leute ja sehr gläubig. Das ist eine alte Weisheit. Wenn es den Leuten schlecht geht, dann, ja, strömen sie in die Kirche. Das war schon immer so. Und ist auch heute nicht anders. Heute geht es halt den Leuten nicht mehr so schlecht. Deswegen geht es den Kirchen entsprechend nicht mehr so gut. Eine schöne Kirche. Er möchte nicht mit uns reden. Okay, aber hier haben wir noch etwas. Nimm Leon zu dir, bitte. Er verdient einen Platz an deiner Seite, auch wenn er manchmal ziemlich frech ist. Ich hoffe, du hast ihn nicht wegen mir bestraft. Ja, der arme Hund. Was dem wohl passiert ist? Irgendwas muss da unten im Loch sein. Okay. Hier geht es weiter. Da hinten ist einer am Jäten. Oder am Laub zusammenkehren. Das gute Wetter wird sich nicht halten. Der Regen hat schon die Ernte ruiniert. Leute verhungern. Wir haben Glück, in diesem Haus untergekommen zu sein. Ja, das dachte ich auch schon. Da hast du recht. Weil, ähm, wo habe ich recht? Ja, ja, weil, ja, guckt euch mal um. Das ist ja nicht normal, wie groß das ist. Also für die Zeit, das müssen doch relativ wohlhabende Leute gewesen sein. Ach, Gabriel. Ist Mutter oben? Ja, sie war die ganze Nacht oben. Der Kleine hatte wieder einen seiner Anfälle. Sie wird sicher keine gute Laune haben. Ja, gehen wir mal gucken. Das müsste dann der Bruder sein. Der Hugo. Und der ist anscheinend leider krank. Aha, da hängt unser grünes Wappen. Sehr gut. Haben wir gut ausgewählt. Passt an die Wand. Perfekt. Ein Ofen. Rüstungen. Ein Schrank. Kann man hier was machen? Nein, das ist nicht wirklich ein Loot-Spiel. Also von daher. Ja, jetzt weiß ich nicht. Da oder da. Ich möchte nicht gleich der Mutter in die Fänge laufen. Weil ich möchte mich hier noch ein bisschen umsehen. Das mache ich eigentlich immer bei solchen Spielen relativ gerne. Und zu Beginn, dass man sich eben ein bisschen umsehen kann. Ja, von Engländern. Es geschieht immer nachts. Als wären Hunger und Krieg nicht genug. Jetzt auch noch Vampire. Wir müssen gesündigt haben, um so bestraft zu werden. Oh, Mademoiselle Amicia. Ich habe euch gar nicht gesehen. Macht nix. Hallo. Guten Tag. Hallo. Ein Feuerchen in Ehren. Überall Kisten. Ja gut. Das hätten wir, glaube ich, auch gesehen. Oh, da hinten geht es auch noch weiter. Das ist aber wahrscheinlich einfach die Speisekammer, nehme ich an. Würde noch Sinn machen. Oder die Küche. Ja, ne. Hier ist so eine Art Speisekammer. Oh, aber auch hier geht es noch weiter. Hier geht es sogar noch hoch. Sehe ich gerade. Ich würde sagen, bevor wir da lang gehen. Schauen wir mal hier oben noch kurz nach. Was wir hier noch Schönes finden. Äpfel und Co. Aha. Zimt. Zimt. Ich hatte diesen Geruch fast vergessen. Gut, dass Sie ihn versteckt haben. Vater hätte ihn für jedes Gericht benutzt. Ja, ein sehr schöner Geruch. Zimt. Das stimmt. Den mag ich auch, den Geruch. Gewürze sind nur in ganz bestimmten Küchen zu finden, da sie aufgrund ihrer Seltenheit sehr teuer sind. Darüber hinaus ist die Bevölkerung davon überzeugt, dass die Elemente einer bestimmten Hierarchie unterliegen, die durch ihre Nähe zum Göttlichen bestimmt wird. Feuer herrscht über Luft, die sich über dem Wasser befindet, das wiederum die Erde bedeckt. Gemüse, das im untersten Element wächst, ist dennoch für die Ärmsten bestimmt, während Vögel, die am Himmel ihre Kreise ziehen, und normalerweise auf den Tellern der Adeligen landen. Okay, mit I kommen wir hier rein. Gut zu wissen. Dann hätten wir mal ein Gewürz. Und eben, ja, Zimt ist natürlich schon, hat halt ein bisschen was Weihnachtliches, finde ich. So, jetzt sollten wir aber langsam gucken, dass wir dann doch vielleicht irgendwo in Richtung Muttern kommen. Vielleicht geht es ja sogar hier lang. Nein, das gehört alles noch. Äh, ist ja wieder die Küche. Das gehört alles noch. Hier geht es lang. So. Das ist aber sicherlich auch nicht die Mutter. Dieser Duft wärmt mir das Herz. Es ist nichts Besonderes, aber es wird dir schmecken. Also mir bestimmt. Na, das hoffen wir doch. Kann ich hier noch was mitnehmen? Nochmal eben ein Gewürz oder so. Ein Äpfelchen in Ehren kann keiner verwehren. Ne. Hier ist zu. Gut. Dann waren wir hier hinten. Dann war das die richtige Richtung. In dem Sinne, dass wir nicht gleich zur Mutter kommen, sondern uns erstmal nochmal ein bisschen umsehen können. Dann gehen wir aber jetzt zur Mom. Ich möchte wissen, wie es Hugo geht. Und vor allem möchte ich ihn mal kennenlernen und wissen, ja, was hat er denn? Der arme Junge. Ähm. Ist der älter wie wir? Wahrscheinlich nicht. So, auf den zweiten Stock. Ja, Madame Beatrice, ich mach das. Louise, warst du bei meiner Mutter? In der Tat. Ähm. Möchtet ihr, möchtet ihr sie sehen? Es ist wichtig. Anweisung von Vater. Gut, in dem Fall. Ich muss euer Zimmer noch richten. Ich habe euch übrigens etwas aufs Bett gelegt. Seht es euch an, wenn ihr mögt. Oh, danke. Machen wir doch glatt. Okay, ist das unser Zimmer? Ich nehm's mal an. Doch nicht. Mutter? Du sollst hier doch nicht hereinkommen. Ja, aber... Etwas hat Leon im Wald angegriffen. Ich würde mir deine Abenteuergeschichten wirklich gerne anhören, doch... Aber es ist wahr. Leon lag winzelnd am Boden. Und dann wurde er... Psst. Bleib hier, bei deinem Bruder. Was? Warum? Was geschieht hier? Schließ die Tür hinter mir und öffne nicht die Fensterläden. Egal, was geschieht. Aber... Ugo! Er ist nicht ansteckend. Ich weiss. Du kennst ihn kaum. Aber das macht nichts. Vertrau mir, Amicia. Ja, Mutter. Aha. Warum kennen wir denn unseren eigenen Bruder... unseren eigenen Bruder kaum? So, und wir sollten irgendwie noch unser eigenes Zimmer finden. Überspringen? Ne, überspringen möchte ich das eigentlich nicht. Äh, vielleicht doch noch mal kurz hier rein. Da haben wir nämlich noch mal ein I. Ach, das Buch. All diese Tränke. Mutter, wirst du ihn jemals heilen können? Komm ich hier nicht hoch? Hier geht's nicht hoch. Ein Skandal. Aber da ruft jemand. Das muss Hugo sein. Wie lange ist er schon hier? Guck mal hier! Vier Jahre? Fünf? Wo ist er? Hugo? Aha. Hm. Ich bin's. Deine Schwester? Amicia. Hallo. Wie? Ihr kennt uns nicht so gut. Mama wird bald zurück sein. Los, mach schon. Hat er gesungen? Nein, Senior Nikolas. Er hat zwei Männer getötet. Wo ist er? Zum letzten Mal. Wo ist euer Sohn? In guten Händen. Durchsucht das Haus. Ist das Mama? Ich drücke Y, um nach Hugo zu rufen. Hugo, komm her. Was ist denn? Psst. Ich weiß, dass du hier bist, Kleiner. Oh, oh. Wo haben sie ihn versteckt? Los, jetzt. Wo ist Mama? Psst. Ah, das ist nur ein Fenster. Ah, hier komme ich nicht raus. Muss ich den umhauen? Nein. Ah, wo ist ich ihn hin? Ach, hier geht's raus. Ach, wie doof. Erstmal haben wir anderen vorbei. Na, da haben wir jetzt aber Glück gehabt, dass das Spiel richtig nötig ist. Ui. Warum ist der so wertvoll, der Kleine? Ach, hier geht's auch nicht raus. Ich bin ein Spezialist beim... Nein. Ich lehre euch an. Ich bin falsche Türen erwischt. Ich bin zwar nicht hier. Hey, du Fleisch. Komm schon. Ich kann es nicht rein. Halt. Oh. Hugo. Mein Gott, die metzeln alle nieder. Aber der Kleine muss ja irgendwie Gold wert sein. Die Frage ist, warum? Ah, wir können nicht helfen. Ich wüsste nicht wie. Wir sind ein 14-jähriges Mädchen mit einem, ja noch jüngeren Bruder. Wir können nur gucken, dass er mit heiler Haut rauskommt. Vor allem, wir haben keine Waffen. Was ist hier los? Mutter. Ich muss Mutter finden. Sie wird es wissen. Oh mein Gott. Luis. Wir müssen das ausnützen. Oh. Oh. Wir müssen, wir müssen weiter. Nicht hinsehen. Oh. Nein. 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 Wir müssen weitergehen. Sag schon. Muss es dir wieder wehtun? Ich weiss es nicht. Ich kümmere mich hier nur um die Wäsche. Hör zu. Das ist deine letzte Chance. Schnell weg, schnell weg, schnell weg. Sag uns, was du über die Arbeit deiner Herrschaften hast. Wir können aber nicht reden. Selbst wenn ich es wüsste, würde ich nicht sagen. Aber es ist ein guter Mensch. Gut. Wir müssen weitergehen. Ja, was machen wir denn jetzt? Wir müssen hier raus. Und dann? Komme ich hier raus? Das ist dann noch die andere Frage. Ihr war vorher zu. Jetzt ist, glaube ich, offen. Sehr gut. Die Mama. Oh, Kinder. Was geschieht hier? Alles wird gut. Hört ihr? Kommt mit mir. Ugo, nimm die Hand deiner Schwester. Ich gehe zuerst und ihr folgt mir einfach. Verstanden? Wir müssen durch die Gärten. Amicia, nimm deinen Bruder an die Hand und folge mir. Aber leise. Ja. 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 Okay, da stand ja gerade noch von wegen, wir müssen Ugo an der Hand halten. Sonst wird er nervös und macht oder schiebt Panik. Ja gut, durch diesen Garten durch. Das machen wir dann in der nächsten Folge. Ich danke euch fürs Zusehen. Ich hoffe, er hat euch ähnlich gut gefallen wie mir. Ich finde das bis jetzt, muss ich sagen, ganz, ganz stark. Wirklich intensiv und einfach gut. Ich bin gespannt, wie das weitergeht. Ich hoffe, ihr auch. Ja, wenn es euch auch gefallen hat, das sage ich eigentlich relativ selten. Aber ich würde mich natürlich freuen über einen Daumen nach oben. Und wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, ja, dann drückt doch bitte aufs Knöpfchen. Kostet ja nichts. Wie gesagt, das sage ich alle zehn Jahre mal. Aber jetzt waren wir einfach gerade mal wieder danach. Danke fürs Zusehen. Bis auch nicht zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020